kommt vielleicht noch so und ihr seid jetzt am meinen oder was ein bisschen verdammt verladung weil ich die letzte sozusagen im bohrer habe ich habe auch noch was da nicht welche schon noch drin liegt schon oder ja aber wir brauchen dann bestimmt noch mehr irgendwann sind die weg und dann ja aber jetzt so zum loskommen würde ja erst mal reichen wenn wir eine hätten ja ich habe jetzt neun stück dann würde ich jetzt mal also ich brauche maximal vier mehr braucht ihr nicht okay sonst hätte ich euch noch was gegeben noch habe ich genug die drei reichen mir ich nehme mir hier auch hier strom raus also fliegen wir da mit einem schiff macht sinn wahrscheinlich hast du bei dir noch einen sitz drauf zufällig ich habe bei mir keinen sitz drauf fliegt damit den ganz großen los ja dann nirgends parken können ja hier draußen steht eins mit zwei sitzen ist doch der hober oder nicht der kleine nee nee der hober scheiße naja dann nehmen wir hier die die bitch sticker beklebt hier was ich schon hier so am fliegen bin ach so dahin das ding was überheißt das andere ist ja hier und so seins metallkomponenten warum liegt denn das ding eigentlich auf dem kopf hat die schon wie jemand geflogen oder hast du das jetzt gemacht was denn naja hier das andere teil halt welches andere teil hat nur dass da was vom eingang liegt siehst du das nicht ja was denn also mein volvo c30 steht da den habe ich geflogen das generator cpu hier hinten dran sitzen denn hat er zieht zwar kein konstruktor aber kann das ein kühlschrank hier hat es auch nicht dann brauche ich noch was ist los und ich habe nämlich essen dabei warte mal dann machen wir das anders oder ich muss ein passagiersitz bauen und auf meinem anderen ding ohne eis drauf passagiersitz einfach auf klatschen das machen wir ja anders ich habe hier essen dabei und du fliegst du zu und ich flieg dir nach ich weiß ja noch nicht wir müssen mal gucken wo man die summe ist aber dann brauche ich auch hier die bildsch nicht nehmen dann tage ich die bildsch wieder um wenn einer jetzt am generator möchte kann er einen generator ich habe gerade am bauen ach was habe ich denn hier für ein loch im wasser wer ist das denn hier hier ist ein loch im wasser acht uhr uhr extreme ich dachte gerade schon wer läuft hier rum ja ich merke gerade das gewächshaus ist produktiv zum thema in den hangar reinfliegen aber naja äh generator haben wir noch dj wenn du von einkraftest wie gesagt haben wir noch haben wir noch ja haben wir noch dann anhalten ich muss mal gucken was dj da drinnen gebaut hat hast du schon angehalten ja hier ist aber kein generator ja aber ich will den großen generator bauen hast du da am großen der große und doch nicht hier ist nur ein generator ja gut da kommen wir anwerfen ja also das kann raus das brauchen wir noch mal magnesium oder was ja magnesium wer hat denn hier dieses haus drin gemacht äh den home point ah ok ich weiß wo es magnesium gibt noch 52 prozent left ach dekorative blöcke so geht das holzlatten kunststoffrohmaterial die andere station hier das hat der z dahin geklatscht gehabt der meinte er brauchte da irgendwie was eigenes was ist eigentlich mit dem jetzt hat er das oder hat er es nicht weiß ich nicht weiß ich nicht na der wollte irgendwie und dann hat er wieder fast so lange gebraucht wie tj aber sogar ein bisschen länger und dann ist er nicht gegangen so Volvo dann fliegt man vor dann sehe ich ja wo wo du hinverwolltest ist nicht weit einen kühlschrank bauen ja und äh benzin tank ich hoffe du hältst ihn draußen nicht an oder so was denn wird schon wieder nacht hier nee nee übel ne schlimm und auch nicht schön alter dj wir haben hier noch äh grad nochmal 3000 profil und steine ach da ok also ich weiß nicht wo du deine probleme siehst dass du die dinge hier nicht siehst ich hab die nicht gesehen was ist eigentlich gesteinsmehl das wird aus den gesteinsbrocken dann gemacht oder was steine mhm schnitzel ja ne weil äh ne bruchte mate hätte ich beinah gesagt dj wo bist du wo bist du wo bist du bestimmte Sachen aus gesteinsbrocken ich schmeiß nicht mehr was hin hier ist Micha und Raum also Holz gewesen Holz vor der Hütten ups alter ich bin schon gelandet du kommst angeschossen da 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 willst du nicht ins Loch nein ja ich war schon gelandet du kommst angedonnert du bist doch auf mir gelandet jetzt na wenn du soweit tiefschlägst kann ich doch nicht ich bin halt tiefschläger ja hab ich gemacht ein Eicheltiefflieger so komm Junge jetzt bist doch wieder hier oh nein dreh dich doch nicht wieder auf den oh so sieht das doch gut aus so mhm ach schon fertig gut äh der muss auf jeden Fall laufen wegen dem Kühlschrank Kühlschrank dj kann ich mal kurz den Kühlschrank neiii mein Licht ist ja auch nicht verkehrt Kraftstofftank groß ja kannst jetzt ne ich meine Ufer da sind nämlich noch äh Pumpkins jetzt drin aber ich hab auch noch was in meinem Kühlschrank dann füllt das keine Wagen an das ist ein Kratz bei mir ich jetzt gerade zimmer ach so das der jetzt war ja der mit Kühlschrank ach so gepackt ne Pumpkins oder hast du äh pure Pumpkins ja die gepackt dann ist gut also baked pure würde ich jetzt nämlich abstrafen ich glaub aber im Kühlschrank ist gar nichts drin bei dir übrigens ich weiß nicht wo du es reingepackt hast aber auf jeden Fall nicht im Kühlschrank hä wie war das wenn ich auf die Fridge zugreife ach so ich hab die Karte auch so gemacht jetzt ist es dann so dann äh das war hier ach ja meine Freunde 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 in der Nacht der untergehende Nacht ich sollte vielleicht nachladen bevor ich versuch zu schießen ich muss das ganze helfen ach lecker also wie haben wir jetzt noch äh kannst du mal da reingehen ach nicht schon wieder die Kacke könnt ihr könnte sein dass wir grad zwei Cross verloren haben wie ja ich wollte wieder in die Kiste tun dann hatte ich wieder diesen Fehler da ach so ok ja dann musst du das BK auf dann hat du den Fehler nicht ja jetzt kann der ja eh nicht mehr spielen wenn der jetzt einen Absturz hat aber der wird ne ich kann noch weiter spielen der Fehler taucht nur auf und deswegen ist er weggegangen manchmal geht der Fehler weg manchmal bleibt er da ach so ok jetzt bin ich grad blind aber ihr wart jetzt noch nicht wieder äh hypermäßig durch ein All geflogen oder doch ne ne wir haben hier erstmal ich hab vorher mal ein bisschen gemient damit die andere nichts bekommen weiß er dann war ich grad noch ein bisschen im Singleplayer unterwegs wenn ich ja gucken wollte was für ein Raumschiff meinen Bedürfnissen entspricht ich hab mein äh schönes Raumschiff angemalt fertig ja und ich hab äh hinten unsere neue Basis äh mit Stun noch weiter verschönert war es den Hangar oder was ne das Beet das Beet also wir haben jetzt wir bauen ja ein XXL Beet hin quasi damit wir ordentlich da anpflanzen können dass wir dann nie wieder Essen fahren müssen dann müssen wir bloß mal gucken dass äh naja ob wie gesagt äh Hotdog wenn wir Hotdog immer zusammenkriegen wenn man die Komponenten irgendwie das würde scheinbar sich von Hotdog zu ernähren reicht aus also der Nährwert 85 ist auf jeden Fall schon nicht ohne jawohl das ist schon die schlechte nur dann dafür müssen wir halt immer Fleisch farmen ne äh nur wir haben dann immer auf jeden Fall genug Gemüse da um uns äh ständig ernähren zu können ja na da war jetzt ja äh was hatte ich gesagt war ja gar nicht so schlecht irgendwas hab ich doch da gebacken na die Pommes waren nicht schlecht aber irgendwas hab ich Kekse Kekse sind auch nicht schlecht Kekse? Kekse? Ich hab noch was gemacht hab ich Kuchen gemacht oder irgendwas äh was bei dir jetzt im Kühlschrank was ich bei dir im Kühlschrank gelegt hatte ah ok das war auch irgendwie Food Cake oder was glaub ich ah ja genau Früchtekuchen Früchtekuchen war Mh Mh Früchtekuchen Getreide halt Getreide und Früchte mehr nicht und halt Wasser ja geil und der hatte auch einen relativ hohen Nährungswert hat äh noch einer von euch äh Hunger weil ich hab hier noch in dem in unserem neuen Kühlschrank den muss ich jetzt abreißen und ich hab Inventar voll ja sonst muss es äh äh draußen im ähm ähm Gartenhaus in den Kühlschrank packen da hat jemand ja die Früchte einfach in den Kühlschrank gepackt und ich hab jetzt versucht eigentlich alles irgendwie zu bearbeiten ja ich vor wenn ich mal kurz abgeahntet hab abenden ist immer ne gute Sache ja dann bring ich das mal in unseren Kühlschrank da oh so wie ich das sehe kann ich äh nachher äh mal einen von den Fluggeräten bauen sehr schön über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein also ins Menü komm ich noch also da hab ich noch keine Probleme ja hast du es dir nicht vor nachher zu kaufen oder was genau bist du es noch nicht das ist doch ne kleine Nutte bist du auch ne Uhre Uhre ne kleine dann werden wir dir ja das dann werden wir dir die Uhre zur Verfügung stellen weißt du ja wenn er es sich nicht kauft was machen wir dann mit dem Hyperantriebschiff ach hier ist ja schon ein fertiges Essen drin macht das denn Sinn ist da irgendwas drin was du noch nicht was du vorher noch nicht gesehen hast ne 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 dann hab ich das schon alles aufgefressen du fressat Minenarbeiter hungrig Essen ich Minenarbeiter Magnesium wollen und dann kommen sie und alles ist weg kein Magnesium mehr da ja und Magnesium könnte Waffen ohne Waffen scheiße so ich weiß gar nicht warum ich mit den ganzen scheiß hier mehr rumlaufe aber egal so ähm warte gehts wollen wir dann nachher nochmal gemeinsam philosophieren welches Weltraum Objekt wir äh gerne gerne also von den großen Dingern äh ja also weil ja es macht jetzt also ich ärgere mich jetzt eigentlich schon dass ich gestern äh das eine große in Auftrag gegeben hat weil auch da hätte eins gereicht halt naja sagt man es mal so die Dinger ja aber da kommt der um die Ecke und sagt ja ich hab auch eins naja aber sagt man es mal so die Dinger kann man dann zum Beispiel in den Hangar stellen weil ich glaube kaum dass man das andere Schiff in den Hangar stellen kann später das reicht das reicht ich weiß gar nicht was ich jetzt hier gar nicht ach ja Fasern wollte ich weg bringen ja du hast vier mehr Schütze zur Verfügung wir sind zwei unterwegs bist als mit eins also ich werde schon mal wie ein Warp3 funktioniert nämlich nur mit Sprit ja na deswegen wäre ja auch äh zu überlegen ich meine es gibt ja ein paar richtige Kampfdinger die äh Small Vessels sind die man einfach dazu nimmt wie als Kampfflieger oder es gibt natürlich auch so eine Weltraumdinger die ja total overpowered sind ey oder also das eigentlich was ja eine einzige Kanone ist also ich finde es sollte eins sein wo wir natürlich mehrere kleine reinpacken können wo wir immer reinfliegen können das eine mit fünf Landeplätzen da kannst du diese das sieht aus wie eine russische MiG ja und das reicht ja wenn wir jetzt da so kleine Dinger reinpacken können auf Sache wir können immer da äh ja es reicht wenn wir ein paar Small Vessels haben die halt so Power haben ja also was heißt Power aber die sich als mindestens gegen Drohnen jetzt so durchsetzen kann dass wir deswegen jetzt damit unbedingt jetzt äh eine Station angreifen können äh das ist äh noch eine andere Frage naja wir wollen ja nicht mit unserer Station eine andere Station äh aber die muss nicht werden können die Station das heißt da muss genug äh äh